Das ist die Wahrheit. Meine Tochter Depressionen. Sie verlässt kaum das Haus und verbringt die meiste Zeit im Bett. Ich habe keine Depressionen, Ma. Sie liest immer wieder dasselbe Buch und isst kaum etwas. Was sind die Depressionen? Ich habe keine Depressionen. Depressionen sind eine typische Nebenwirkung von Krebs. Ich empfehle ihr deshalb, die Medikamente neu einzustellen. Oh ja, verdoppeln wir doch gleich die Dosis. Depressionen sind keine Nebenwirkung von Krebs. Sie sind eine Nebenwirkung vom Sterben. Und ich bin gerade dabei zu sterben. Außerdem werden als Gruppner Hazen einmal in der Woche eine Selbsthilfegruppe besucht. Ich schreibe Ihnen gleich etwas aus. Selbsthilfegruppe? Ist das euer Ernst? Es ist eine gute Möglichkeit, um mit anderen in Kontakt zu kommen, die ja auf der Selbenreise sind. Versuche es so wenigstens. Vielleicht erlangst du dort wichtige Erkenntnisse. Herzlich Willkommen. Wir treffen uns hier im Herzen von Jesus. Ihr lebt alle in Jesus superheilig im Herzen. So sind wir nicht allein. Ja. Möcht jemand der Gruppe seine Erfahrungen mitteilen? Ich bin Angel. Ich bin 14 Jahre alt und habe Leukämie. Im Augenblick fühle ich mich aber ganz gut. Ich versuche nach vorne zu sehen. Mein Optimismus nicht zu verlieren. So lebe ich wie die anderen Kinder in meinem Alter auch. Ins Kino gehen, Eis essen, so etwas halt. Wir sind für dich da, Angel. Mein Name ist Mary. Habe ein Neumoblastum. Was für ein Leben. Dreimal die Woche Arzttermine. Dreimal täglich acht verschreibungsflichtige Medikamente. Und dann noch die Selbsthilfegruppe. Wir sind für dich da, Mary. Mein Name ist Annie. Ich habe einen Lymphglutenkrebs. Das ist nicht besonders schön. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Wir sind für dich da, Annie. Ich heiße Luke. Ich habe auch Leute für mich. Aber ich freue mich, dass ich hier in dieser Gruppe sein kann und nicht alleine bin. Das hast du schön gesagt. Jesus und die Gruppe sind beide. Wir sind für dich da, Annie. Willst du sonst noch jemand etwas erzählen? Hazel. Ich bin Hazel. Ursprünglich Schilddrüse, aber jetzt habe ich davon kleine, nette Ableger in meiner Lunge bekommen. Meine Lunge ist aber eine Scheiß-Lunge. Theoretisch kann sie aber noch so weitermachen und ja, keine Ahnung. Und wie geht es dir so? Du meinst, abgesehen von dem tödlichen Krebs? Ganz gut, denke ich. Willst du sonst noch jemand etwas erzählen? Mein Name ist Isaac. Ich habe einen abartig seltenen Augenkrebs. Als Kind wurde mir ein Auge heraus operiert, sodass ich jetzt ein Glasauge habe. Nach der OP werde ich wohl blind sein. Zum Glück habe ich aber eine ziemlich heiße Freundin. Und tolle Freunde wie Gast, die mir beistehen. So sieht's aus. Wir sind richtig da, Annie. Und wie geht es dir so, Augustus? Ich bin Augustus. Ich bin 18 Jahre alt und ich hatte vor zwei Jahren ein Osteosachrom. Das ist die häufig größtartigste Knochentumor. Und ja, ich bin eigentlich jung hier, weil Isaac das wollte. Und wie geht es dir so? Richtig, ich. Meine Achterbahn fährt mal in eine Richtung. Du kannst der Gruppe auch von deinen Ängsten erzählen, wenn du magst. Meine Ängste? Vergessen zu werden? Hm? Vergessen zu werden? Ja. Ich plane ein außergewöhnliches Lieben zu führen. Und wenn ich vor etwas Angst habe, dann darf man, dass mir das nicht gelingt. Möchtest du mal aus der Gruppe dazu etwas sagen? Ähm, Hazel? Das ist doch wunderbar. Ich wollte nur sagen, dass die Zeit kommt, in der wir alle tot sind. Es gab eine Zeit vor dem Menschen und genauso würde es eine Zeit nach ihm geben. Vielleicht schon morgen oder in einer Million Jahren. Und dann erinnert sich keiner mehr an Aristoteles, Kleopatra, geschweige denn einen von uns. Das Vergessen ist unvermeldbar. Wenn das deine Angst ist, dann rate ich sie dir, schleudigst zu ignorieren. Das tun schließlich alle anderen auf. Da hat kein schlechter Rat. Gefällt mir. Lasst uns beten. Lieber Gott, als K-Patienten haben wir uns hier in deinem Herzen versammelt. Führe uns durch die Zeiten der Prüfungen zum Leben und zum Licht. Wir haben beten für das Blut von Angel und Lou, für Marys Kopf, für Isaacs Lymphknoten, für Hazels Lunge, für Isaacs Augen und für Augustes Knochen. Und wir erinnern uns an die, die wir erkannten und lieb hatten und die heim zu dir gegangen sind. Tom und Felix, Gabriel und Angelina, Laura und Luise. Amen. Eine lange Liste. Auf der Welt gibt es eine Menge Tote. Eines Tages wird mein Name auf dieser Liste stehen. Ganz am Ende, wenn keiner mehr zuhört. Ein Fest ohne Ende. Eines Tages werden wir Körper haben, der an Leichtigkeit die Schmetterlinge neiden. Mit einer Verkommenheit, die die Engel staunen leert. Eines Tages werden wir Körper haben, von Licht umschweichelt, von Sonne durchstrahlt. Applaus Vielen Dank. Wir werden lächelnde Weite sein und wir werden diejenigen sein, die sich zärtlich an die warme Erde schmiegen, die Lust voll das Wasser am Arm, die Lachen im Feuer tanzen und kraftvoll mit den Winden fliegen. Wir werden dazugehören, unsagbar schön, unendlich leicht. Kein Schmerz und keine Narben, kein Hinken und Stolpern, keine Lähmung, kein Sterben. Und keine Träne wird mehr sein und dieses Fest werden wir feiern mit all jenen, die uns trotzdem dennoch oder gerade darum liebten. Ein Fest ohne Ende, so ist es uns verheißen. Wie heißt du? Hazel. Hazel Grace Lancaster. Was? Ich hab doch nichts gesagt. Warum schlafst du mich so an? Du bist schön. Ich seh mir gern hübsche Menschen an. Oh mein Gott. Du hast ja selbst gesagt, dass wir alle bald tot sein werden. Lass uns einen Film schauen. Ende der Woche hätte ich Zeit. Nein, ich meine jetzt. Du kennst mich doch gar nicht. Ein gewisses Risiko gibt es immer. Komm schon, Hazel Grace. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Damit hast du gerade alles kaputt gemacht. Du gibst deinem Unternehmen Geld dafür, dass du Krebs kriegst, obwohl du schon einmal Krebs hattest. Ich kann dir mal sicher nicht atmen zu können, ist echt scheiße. Das ist eine Metapher. Du steckst dir das tödliche Ding zwar zwischen die Zähne, gibst ihm aber nicht die Macht dich zu töten. Gehen wir einen Film schauen. Wenn die Hoffnung nicht wär, so lebt dich nicht mehr. Denn die Hoffnung allein kann lindern die Pein. Und wie ging es denn hin? Wie ging es denn her? Wenn die Hoffnung nicht wär, wo die Hoffnung ist, da ist das Leben. Na, das ist Hazel Grace. Einfach bei Hazel. Eine neue Freundin. Schön, dich kennenzulernen. Du warst bei dieser Art Selbsthilfebrücke. Grandios. Du bist so ein Miese, Peter. Du isst vermutlich mit uns zu Abend, Hazel? Ich denke schon. Ich muss um 10 zu Hause sein und also, ich esse kein Fleisch. Findest du Tiere etwas zu niedrig zu essen? Ich möchte die Zahl der Tode, für die ich verantwortlich bin, möglichst gering haben. Ja, das finde ich offen. Macht es euch gemütlich. Halt mich selbst? Ja, klar, ist alles okay. Ja. Vergiss diesen ganzen Krebs-Tamtaven. Erzähl mir, was du gerne magst. Es ist keine wahnsinnig anschlussvolle Literatur, aber der Autor versteht mich. Es ist mein Buch, genau wie mein Körper mein Körper ist und meine Gedanken meine Gedanken sind. Es handelt von Krebskranken. Der Autor, Peter van Houten, erklärt, wie es sich anfühlt zu sterben, aber noch nicht tot ist. Kommt's auch nächstes, Herr Info? Nein, es ist nicht so ein Buch. Stummtruppen? Nein. Ich denke mal, Stummtruppen. Nun ja, ich werde dieses langweilige Buch mit dem schrecklichen Titel lesen. Dafür liest du diese packende Roman-Mission meines Lieblingsstils. Vielen Dank. Lach nicht. Es geht darum, sich seinem Schicksal zu stellen. Danke. Kann ich dich morgen wiedersehen? Du kennst mich doch gar nicht. Ich rufe dich an, sobald ich das Buch gelesen habe. Du hast meine Telefonnummer nicht. Ich habe dir dringend verdacht, dass du sie mir in das Buch geschrieben hast. Und du sagst, wir würden uns nicht kennen. Das ist ein tolles Buch sein, dass du sie gerade liest. Hast du es von den Jüngern? Er gefällt dir. Ich habe dir gesagt, Selbsthilfegruppe lohnt sich. Das Buch ist doch gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Sag mir, dass das nicht das Ende ist. Ein Buch kann doch nicht mitten im Satz enden. Was ist denn das für ein Irrsinn? Hey, hey, so. Isaac ist auch da. Allerdings befindet sie sich gerade mitten in einem psychotischen Schub. Du siehst übrigens fübsch aus. Hallo, Isaac. Hallo, hey. Wie geht es dir? Geht so. Das mit Isaac und ihrer Freundin ist wohl längst nicht mehr aktuell. Ich will nicht darüber reden. Ich will nur Heuer und Videospiele spielen. Schmerz verlangt, gespürt zu werden. Sie wollte sich noch unbedingt vor der OP von mir trennen. Sie sagt, sie erträgt das nicht. Ich muss jetzt irgendwas kaputt machen. Das ist die Wahrheit. Das stimmt nur einmal mitten im Leben. Ich würde dir auch gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, was ist mit anderen auf dem Kultenmann? Oder Sisyphus, der Hamster. Hast du versucht, Kontakt zu diesem Peter von der Opfer bekommen? Aufgestanden, ja. Ich habe ihm unzählige Briefe geschrieben, aber eine Antwort kann nie. Er soll ihn amtelang ziemlich zurückgezogen nehmen. Geht es dir besser, Isaac? So ist es mit dem Schmerz. Er verlangt, gespürt zu werden. Hey, so geht es, Simon. Was ist das? Ich habe an die Assistentin von Peter von Houten eine Mail geschrieben. Und sie hat geantwortet. Angesichts der Vielfalt an leichter Unterhaltung, wenn ich jemandem einzeln danke, der sich die Mühe macht, mein Buch ein herrschaftliches Leid zu lesen. Ihnen möchte ich besonders für Ihre liebenswürge Worte danken und dafür, dass es Ihnen und Ihrer Freundin Hazel Grace eine Menge bedeutet. Zu Ihrer Frage, nein, habe ich nicht geschrieben und ich habe es auch nicht vor. Danke nochmals für Ihre gütige E-Mail. Schöpuliche Grüße, Ihr Peter von Houten Ja, hast du das geschafft? Ich habe dir gesagt, dass ich genial bin. Meinst du, ich könnte ihn auch? Gleich geht es. Ich werde ihn sofort schreiben. Vielleicht verretten wir hier die Fortsetzung. Ich schlief, da hatte ich einen Traum. Mein, ich verließ den Seelenraum. Gemein vom Ge- Frei vom gemeinen Tageslieben, vermachte ich leicht, dahin zu schweben. So angenehm mich fortbewegen, erreichte ich eine schöne Gegend. Oh mein Gott! Ist dir gut? Alles gut, zieh dir das an! Einen mehr für Peter von Houten! Liebe Miss Lenkester, ich kann Ihnen Ihre Frage schriftlich beantworten. Das käme an der Fortsetzung gleich. Sollten Sie doch einmal nach Amsterdam kommen, können Sie mich gerne besuchen. Freundlichen Grüßen, Peter von Houten Das ist eine Einladung, das ist hier nicht zu fassen. Ja, ich muss da hin! Ich würde dir alles erfüllen, aber Amsterdam, wir haben so viel Geld nicht. Und die ganzen Geräte müssen wir auch mitnehmen. Das kostet. Du hast recht, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das Wichtigste beim M.L.T. ist es ganz, still zu liegen. Stille, Stille, lass uns lauschen. Selig, wen die Wolken wiegen, wen der Mond ein Schlaflied singt. Oh, wie selig kann der fliegen, dem der Traum den Flügel schwingt. Dass im blauen Himmelsdecken Sterne er die Blumen pflückt. Schlafe, träume, flieg. Ich lege bald dich auf und bin beglückt. Ich freu mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Fanny. Ich habe schon viel von dir gehört. Ich würde das Hälfte gern zu einem Picknissen nehmen. Ich tue schon noch schnell. Ich will hier nach Krankenhaus. Okay. Du hast auch Krebs gehabt? Ja. Und wie geht es dir heute? Seit zwei Jahren keine Anzeichen mehr. Ich habe großes Glück gehabt. Das freut mich. Hör mal, Hazel ist immer noch sehr krank. Sie wird mit dir mithalten wollen. In Wirklichkeit sind ihre Lungen aber noch sehr... Ich bin fertig. Wir können gehen. Meinst du, sie mögen mich? Warum interessiert es dich? Es sind doch bloß Eltern. Es sind deine Eltern. Und außerdem möchte ich gemacht werden. Mir musst du mich ständig die Tür aufhalten oder mich mit Komplimenten überschütten, damit ich dich mag. Sandwich. Das. Du willst nach Amsterdam? Dann frag doch die Feenstiftung. Dein Herzungswunsch erfüllt dir deinen Herzungswunsch. Den hatte ich schon. Mit 13. Disneyland. Disneyland, das darf doch nicht wahr sein. Denn wahrer Wunsch ist es, Peter von Haupen zu treffen. Ja. Nun, zum Glück habe ich mir meinen Wunsch aufgehoben. Soll das heißen? Meinen Wunsch bekommst du nicht. Allerdings habe ich auch einen Interesse an den Platten mit Peter von Haupen. Da muss das Mädchen, das mir das Buch näher gebracht hat, natürlich dabei sein. Oh, ist der Wunsch! Was du mir bei diesem Jungen erzählt hast, süß. Einfach nur süß. Das ist er. Wie ist er gebaut? Athletisch, muskulös, sportlich? Sportlich. Er hat für Basketball gespielt. Und du hast ihn in der Selbsthilfegruppe kennengelernt? Du hast neugierig. Wie viele Beine hat der Knabe denn? So, circa 1,4? Hat er hässliche Hände? Manchmal haben hübsche Menschen hässliche Hände. Erinnerst du dich an Derek? Er hat letzte Woche mit mir Schluss gemacht, weil er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass wir tief im Inneren unvereinbar seid und dass wir uns nur verletzen würden, wenn wir weiter zusammenkriegen, bis alles rauskommt. Also hat er Schluss gemacht. Vorsorge-Schluss machen? Na, der hat das. Vielleicht hast du ja auch so eine Ahnung, dass ihr tief im Inneren unvereinbar seid und du kommst zu seinem Vorsorge-Schluss machen zuvor. Ich denke nur laut, wie immer. Du kennst mich ja, ein verrücktes Huhn war ich schon immer. Zu allen Schäumtaten bereit. Mit mir kannst du fair stehen. Tut mir leid, der Weg. Ich bin darüber hinweg. Eine Packung Marcherie und eine Stunde später war die Sache für mich erledigt. Schließlich haben alle Mütter auch hübsche Söne. So wie dein. Ach ja, bevor ich es vergesse, solltet ihr euch näher kommen. Erwarte ich schmutzige Details. Das erste haben wir schon im besten Brunnen. Ich konnte nichts tun. Schreien machte es noch schlimmer. Jeder Reiz von außen machte es noch schlimmer. Die einzige Lösung war, die Welt auszuschalten, alles schwarz und still zu machen. Zurück gehen an den Augenblick vor dem großen Knall. Zum Anfang, wo nur das Wort war. Und alleine mit dem Wort im Lernen. Unerschaffener Raum zu sein. Macht euch nichts vor. In diesem Moment wäre ich sehr, sehr gerne tot gewesen. Wie geht es dir? Zu den öfteren Intensivstationen? Was ist passiert? Das übliche, schrägte Sauerstoffversorgung, die Flitzigkeit in der Runde. Wir haben eine Trenasche gekriegt. Die gute Nachricht ist kein Schmormalsdruck und keine neue Tumor. Das ist eine gute Nachricht. Normalerweise entsprechen die Tumorformelzeiten nicht auf die Behandlung an. Aber das ist im Fall ihrer Tochter nicht passiert. Noch nicht. Andererseits verschwindet das Britsch und vielleicht was rumgegeben. Hazel, du kommst mir bereits zu lange ein. Du überlebens auch bis jetzt. Und wir sind wehrt, um das in ihren Schlaf zu halten. Der Kiosk geht nicht weg. Aber wir hatten Patienten, die mit Tumor und Mangel gelebt haben. Hazel wünscht dich so gerne, in Amsterdam zu fahren. Das wäre zu diesem Zeitpunkt nicht cool. Wieso nicht? Es ist kein Weg, diese Reise irgendwie möglich zu machen. Es gibt da irgendwelche Risiken. Nicht besser Einkaufsdummel. In Flugzeiten gibt es Sauerstoff. Sie wünscht dich so sehr, diese Chance wird sie nie mehr bekommen. Ich bin dagegen. Ich schließe die Frage. Herr Gass, das hat vielleicht das Viertal angerufen. Ich weiß, was du denkst. Dass das nicht fair ist, ist es auch nicht. Er warst auf ein Zeichen, eine Antwort, irgendwas von dir. Er meinte, er meinte, dass du im Schweigen auch ein Mensch habe zu sagen. Ich kann nichts. Irgendwie fehlt mir alles. Ich möchte von von Hauten hören, was nach dem Ende dieses Buches passiert. Ich will dieses Leben einfach nicht länger. Ich möchte, dass du weißt, dass... dass deine Versuche, mich von dir fernzuhalten und meine Zuneigung zu dir in keinster Weise verringern. Ich mag dich und ich hänge gern mit dir um. Es darf mich tiefer gehen. Warum nicht? Weil ich dir nichts wehtun will. Das wäre mir egal. Ich bin eine Zeitbombe. Eines Tages werde ich explodieren und ich werde alles in meinem Umfeld zerstören. Es ist meine Pflicht, die Zeit dafür möglichst klein zu halten. Mein Vater und ich haben uns etwas überlegt. Wir haben bestimmt die Kinder für ein Stück von der Haltung. Wir fliegen nach Amsterdam. So wie wir jetzt sind. Allerdings sind wir drei Tage. Keine sechs. Es ist alles geregelt. Ein Onkologe ist vor Ort. Wir haben an alles gedacht. Es wird alles gut. Ja, wie ist das? Und Gast, der wird sich freuen. Wir fliegen nach Amsterdam. Durch Sehnsucht nach den Urlaubstagen sich viele in den Flieger wagen. In engen Sitzen sie im Rhein, sich aus dem Alltagsstress befreien. Um viel Erholung zu bekommen oder sich doch einfach nur zu sonnen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Willkommen an Bord unseres Ligas nach Amsterdam. Die planmäßige Flugzeit Indianapolis, Amsterdam beträgt genau zehn Stunden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Norden. Da wir in Kürze fertig für den Start sind, bitte ich Sie, sich anzuschneiden und diese Trennung zu kommen. Bist du nervös? Bist du noch nie geflucht? Ja. Entschuldigung, Rauchen ist hier nicht gestattet. Auch keine Flucht. Ich rauche nicht. Das ist eine Gefahr. Es steckt sich das wirkliche Dingsatz in den Zähnen, gibt ihm aber nicht, die macht dich zu töten. Gut, das verstehe ich. Aber diese Metapher ist auf diesem Flug auch nicht erlaubt. Wir starten sowieso gleich, nach Amsterdam. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Wackelt ein Flugzeug eigentlich immer so? So wird es sich an, wie Autos fahren. Die Falle sind reißend. Wir sind nur Freunde da. Das sehe ich anders. Die dunklen Krachten sind der Stadt ein Spiegel. Die Bilder stimmig, zart, charmant. Lichter, Brücken, Häuserkiebel zeichnen sich wankend ab, doch ruhen und galant. Die Stadt blüht in vornehmer Romantik. Es ist, als wenn die Zeit stehen bliebe. Und in die Straßen fließt das Wasser vom Atlantik, wie in Mengen wie der Menschenliebe. Die Amsterdamer wissen, wie zu leben. Und deren Leben ist besonders. Es scheint, als sei das Bestreben nach Glück je leichter als woanders. Jetzt sind wir zu Amsterdam. In zwei seid ihr ein romantisches Restaurant eingeladen. Und sind unmerkend aus. Ich wünsche euch viel Zeit kriegen. Darf ich bitten, macht die Amsterdam unsicher. Willkommen in den Moranien. Ich nehme Ihre Keller das für heute Abend. Hier ist der Tisch. Der Champagner ist ein Geschenk für den Raum. Und da. Wissen Sie, was Dorper Ayo gesagt hat, nachdem er den Champagner aufwunden hat? Komm schnell, ich schmecke die Sterne. Möchten Sie die Karte oder nehmen Sie die Empfehlung der Küche? Empfehlung der Küche klingt gut. Und warum Champagner hätte mir etwas gegeben. Sie haben sich alle Sterne der Welt in Flaschen abgefüllt. Lassen Sie sich verbinden. Vorausbestimmt zur Sternebase. Was geht dich, Stern, das Dunkle an? Frau Seele, durch diese Zeit. Der Ehen sei die Fremden weit. Der fernsten Welt gehört dein Schein. Mit Leid soll Sünde für dich sein. Noch mehr Sterne? Nein, danke. Die Rechnung, bitte. Nicht nötig. Ihre Rechnung über das Mist ist auf meinen Haufen. Ich habe mich hier nicht verliebt, auch wenn wir aber alle Leute zum Schlafen zerfallen werden. Ich habe mich verliebt. Ich bin so aufgeregt, ich bekomme kaum Luft. Herzlich willkommen, ich bin Lidderwein. Komm doch rein. Peter, Sie sind da. Wer ist da? Gast und Hazel, die Fans, von denen du korrespondiert hast. Die Hackies. Du hast sie eingeladen. Du weißt, warum ich aus Amerika weg bin, damit ich nie wieder Amerikaner sehen muss. Du bist Amerikaner. Leider nicht zu ändern. Schick sie weg. Das werde ich nicht tun, Peter. Sei bitte nett zu ihm. Komm doch rein. Ihr seid also Gast und Hazel. Ja. Gast hat seinen Herzenswunsch dafür geopfert, dass wir zu ihm kommen konnten. Und auch vielen Dank für das Abendessen. gestern Abend. Wie haben Sie zum Abendessen eingeladen? Das haben wir gerne gemacht. Das war uns ein Vergnügen. Nun seid ihr hier. Was kann ich für euch tun? Wir würden gerne wissen, was nach dem Ende von einem herrschaftliches Leid ist. Wie gut kennt ihr euch mit schwedischem Hip-Hop aus? Gar nicht, aber wir würden gerne... Stellen wir uns einen Wettren mit einer Schildkröte vor. Schildkröte hat zehn Meter Vorsprung. Jedes Mal, wenn ihr sie einholt, ist sie euch wieder voraus. Mathematisch nicht zu überholen. Es existieren Möglichkeiten verschiedener Größe. Deine Frage ist ja mitbeantwortet. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Hat der Krebs jetzt auf den Himmel fallen? Peter! Hat irgendjemand aus dem Buch eine Zukunft? Bin ich interessiert, über das Buch zu sprechen. Sie haben es versprochen! Gar nichts passiert mit Ihnen. Sie sind davon, die Zitzen auf zu existieren, wenn der Roman zu Ende ist. Das kann nicht sein! Ich weigere mich, dir deine kindischen Wünsche zu erfüllen und ich weigere mich, dich zu mitleiten, wie du es von anderen kennst. Du lebst als Kind, dass dein Glaubensgeber ein Leben nach einem Romanende. Aber das gibt es nicht. Sie kommt... Das reicht aber jetzt. Sie kommt, Frau, können wir gar nichts erzählen. Ich wollte nur wissen, was nach dem Ende von diesem Scheißbuch passiert. Weiß ich nicht. Ich glaube, wie geht jetzt? Fäng dich! So, bitte. Dein Bruch, ich bin dieses auch schon verschwenden. Ich habe deine Fortsetzung. Du wirst sie mitnehmen. Und du hast ihn uns geschenkt. Warte. Es tut mir so leid. Er war nicht verlaufen. Ich dachte, es hilft ihm, wenn er euch trifft, weil Sandberg beeinflusst das Leben echter Menschen. Aber ich kann mich nur entschuldigen. Habt ihr Lust auf mein Mindsetting? Amsterdam ist wunderschön. Und kein Hans. Von Hauken klingeln wir nicht mit. Wo die Hoffnung ist, da ist das Leben. Geh hinaus und versuche das Glück in dir selbst zu finden. Denk an all das Schöne, was in dir und um dich ist. Und sei glücklich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Amsterdam, du Stadt im Norden, nicht sehr weit vom großen Meer. In dir fühle ich mich geborgen. Gerne komme ich wieder her. Lass die Seele einfach baumeln. Tanke mich dann wieder auf. Und der Alltag, dein Zuhause, gibt mir wieder neuen Mut. Bis zu meiner nächsten Reise. Amsterdam, du tust mir gut. Ich muss dir etwas sagen. Was ist los? Es war kurz bevor du ins Krankenhaus musstest. Ich hatte Schmerzen an der Hüfte. Ich hatte einen PET-Scan und ich habe geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Brust, Leber, Brusteter, einfach überall. Es tut mir leid. Ich hätte es dir sagen sollen. Es ist so Das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spürt es dein Lieblingslied. Das Leben ist kein Wunschkonzert, sagt der Clown und macht sich ein Lächeln ins Gesicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wie geht es deinen Augen, Isaac? Ganz gut, nur, dass sie nicht mehr in meinem Kopf sind. Aber sonst? Ich besteh fast nur noch was mit das Tassen. Mach das mal nah. Hast du eigentlich schon deine Grabwede fertig? Was? Ich brauche noch Redner für meine Beerdigung. Du und Isaac, in erster Linie natürlich du. Ich liebe dich und es wird mir eine Ehre sein, die Grabwede zu halten. Danke. Ihr seid echt süß. Das macht mich ganz krank. Echt ätzend. In der Selbsthilfegruppe gibt es eine neue, die ist so weitig. Woher willst du das wissen? Ich bin blind, aber nicht so blind. Ich möchte bei meiner Beerdigung dabei sein. Ich hoffe ja, dass ich es als Geist sein kann. Aber für den Fall, dass das nicht so ist, machen wir jetzt quasi eine Vorbeerdigung. Und ich fange mit der Rede an. Augustus Waters war ein arroganter Misskerl. Doch wir haben ihn verziehen. Nicht wegen seines übermenschlich guten Aussehens oder weil er nur 19 geworden ist und auch überhaupt nicht dran war. Alt 18. Ich gehe davon aus, dass er noch ein bisschen Zeit bleibt und überhaupt unterbreche meine Grabwede nicht. Du bist sowieso tot. und deine Rede, Nesakrys. Augustus Waters war die große, schicksalhafte Liebe meines Lebens. Ich werde kaum ein Wort sagen können, ohne in einem Tränen mehr zu versinken. Ein Schriftsteller hat mal gesagt, den wir beide sehr mochten. Es gibt Unendlichkeiten verschiedener Größe. Wir hatten unsere kleine Unendlichkeit und du hast uns unsere kleine Ewigkeit geschenkt. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Ich liebe dich. Wisst ihr, ich würde lieber erzählen, dass Augustus Waters seinen Humor bis zum Ende behalten hat. Dass seine Tapferkeit keinen Moment nachließ. Doch das wäre eine Lüge. Acht Tage nach seiner Vorbeerdigung starb Augustus Waters auf der Intensivstation, als der Krebs, der einen Teil von ihm war, sein Herz enthielt. Ich und dein Freund haben in den letzten Tagen häufig miteinander korrespondiert. Dann lesen Sie Ihre Fanpost jetzt? Ich würde ihn nicht als Fan bezeichnen. Er hasste mich. Aber er hat fest darauf bestanden, dass ich zu seiner Beerdigung komme und dir erzähle, wie mein Buch weitergeht. Hier bin ich. Meine Tochter war acht und sie hat lange gelitten. Die die Hauptperson in Ihrem Roman? Ja. Das tut mir leid. Mir tut es leid, dass ich euch die Reise nach Amsterdam versorgt habe. Haben Sie nicht. Die Reise war wunderschön. Aber im Brief nicht. Ich will nichts von Ihnen. Kann man nicht einfach mal in Ruhe trauern? Der Brief ist nicht von mir. Mr. von Houten. Ich bin ein guter Mensch, aber ein schlechter Schreiber. Sie sind ein mieser Mensch, aber ein guter Schreiber. Ich denke, wir würden ein prima Team abgeben, falls Sie Zeit haben. Und davon haben Sie eine Menge. Bitte ich Sie, nachfolgende Zeilen in eine Form zu bringen. Es ist eine Karte, bitte für Hazel. Mir fehlt noch die Originalität. Man sollte sich ja an uns erinnern. Hazel wollte ein Bewunderer und den bekam sie. Ist das nicht mehr, was die meisten von uns bekommen? Ich konnte mir eine Welt ohne uns nicht vorstellen. Ich liebe Sie. Okay, Hazel Grace? Okay. Okay.